Ja, hallo, schön, dass du hier zuschaust. Ich bin der Wolfgang Schindler und ich freue mich über dein Interesse an Vision suchen. Komisches Wort, Vision suche. Es geht darum, wenn du das Gefühl hast, dass in deinem Leben was neu werden muss oder es nicht so läuft, wie du es jetzt gerade richtig gut findest, dann ist es der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, ich muss mal eine Pause einlegen. Ich muss mal einen Moment innehalten und schauen, was mir an neuen Ideen zufällt. Und dazu ist eine Visionssuche genau das Richtige. Du bist mit uns zusammen zwölf Tage lang auf einer Alm in den Bayerischen Alpen, im Mangfallgebirge, 1200 Meter Höhe, relativ natürlicher, ursprünglicher Bergwald. Du bist von diesen zwölf Tagen, vier Tage ganz allein draußen. Kann Sorgen machen, aber ist vor allen Dingen eine Zeit, die dich unerhört aus dem bisherigen Verlauf herausreißen wird, weil du hast es wahrscheinlich noch nie gehabt, zwölf, vier Tage lang allein für dich zu haben, ohne Aufgaben, ohne Muss. Und wir werden in dieser Natur ganz viele Dinge begegnen, die dir Impulse geben, ja, für die Fragen, die du mitbringst. Und wir begleiten dich mit einer Gruppe von sieben Leuten, also eine kleine Gruppe, wo wir auch unsere Erlebnisse austauschen und nochmal hören und du erlebst andere und merkst, es kann im Leben immer wieder Übergänge geben, wo es anders weitergeht. Und wenn sich das richtig interessiert oder wenn du denkst, das will ich mehr wissen dazu, dann schau mal bei mir auf der Webseite vorbei, www.mainzornet.de hier unten klick und dann erfährst du mehr und kannst dich auch anmelden. Würde mich freuen.